Herzlich willkommen zu einem Erklärvideo auf unserem YouTube-Kanal. Heute zeigen wir euch, wie man unsere Lichtsignale mit der Fiesmann Multiplex-Technologie an unseren Multiplexer 5229 anschließt. Mithilfe des Multiplexers können mehrbegriffige Lichtsignale mit dem dazugehörigen Vorsignal innovativ gesteuert werden. Dabei erkennt der Multiplexer automatisch den Typ des angeschlossenen Signals. In diesem Video gehen wir auf den digitalen Anschluss des Multiplexers ein. Wie ihr sehen könnt, haben wir den Aufbau bereits für euch vorbereitet. Für dieses Video haben wir verschiedene Fiesmann-Lichtsignale mit Multiplex-Technologie und zwei Multiplex-Module mit der Artikelnummer 5229 verwendet. Der Multiplexer wird über die Eingänge RT für Rot und BN für Braun mit dem Gleis-Ausgang einer Digitalzentrale oder eines Boosters verbunden. Hier muss bei Gleichstrombetrieb unbedingt auf die Polarität geachtet werden. Rot steht hierbei für Plus, Braun für Minus. Wenn mehrere Fiesmann-Multiplexer miteinander verbunden werden sollen, können diese ganz einfach über die Klemmen RT und BN verbunden werden. Eine Besonderheit des Multiplexer-Moduls ist der Signalbus. Dieser dient zur Informationsübertragung. Sich gegenseitig beeinflussende Signalbilder können mithilfe des Signalbusses vorbildgerecht nachgestellt werden. Zu beachten ist, dass die Signalübertragung immer entgegen der Fahrtrichtung der Züge erfolgt. Die Richtung der Signalübertragung wird durch den roten Pfeil angezeigt. Der Signalbus ist dabei an kein Digitalsystem gebunden und funktioniert auch im konventionellen Betrieb ohne Einschränkungen. Auch hier werden die Multiplexer über die beiden Anschlussklemmen miteinander verbunden. Der Multiplexer 5229 besitzt eine Anschlussbuchse für ein Hauptsignal, HP, und ein Vorsignal, VR. Wenn das Hauptsignal wie in unserem Beispiel ein Vorsignal am Mast besitzt, dann bezieht sich das Signalbild des Vorsignals auf das dahinterliegende Hauptsignal. Wie schließt man nun ein Multiplex-Signal an den Multiplexer an? Ganz einfach. Jedes Signal mit Multiplex-Technologie besitzt einen vierpoligen Anschlussstecker. An diesem ist, wie man sehen kann, eine weiße Markierung zu finden. An der entsprechenden Anschlussbüchse sehen wir eine rote Markierung. Die weiße Markierung des Signals muss in die gleiche Richtung der roten Markierung zeigen, damit das Modul mit dem Signal richtig gepolt ist. Kommen wir nun zu den einstellbaren Konfigurationen des Multiplexers. Neben den roten Tastschalter befindet sich ein Mäuseklavier mit 8-Dip-Schaltern. Hier können verschiedene Konfigurationen wie zum Beispiel das Überblenden der Signalbilder vorgenommen werden. Details zu den einzelnen Einstellungen findet ihr in unserer Anleitung. Diese steht auf unserer Raumpage zum Download bereit. Wenn die gewünschten Einstellungen erfolgt sind, genügt ein kurzer Druck auf die rote Taste Adresse, um diese abzuspeichern. Hierbei sollten die Signalbilder kurz aufleuchten. Nun zeigen wir euch, wie man dem Hauptsignal eine Digitaladresse zuweisen kann. Wichtig ist, dass das Modul im Märklin Motorola und im DTC-Betrieb vier aufeinanderfolgende digital Weichenadressen benötigt. Bei mehrbegriffigen Signalen muss die erste Adresse immer eine ungerade Adresse sein. Um nun eine Adresse eingeben zu können, drücken wir den roten Tast der Adresse so lange, bis die rote Leuchte langsam zu blinken beginnt. Jetzt befinden wir uns im Märklin-Motorola-Modus und können über einen gültigen Weichenstellbefehl eine Adresse vergeben. Der Fisman Multiplexer unterstützt dabei 320 Motorola-Adressen. Wollen wir dem Signal im DTC-Betrieb eine Adresse vergeben, drücken wir erneut kurz auf den roten Schalter. Jetzt beginnt die Kontrollleuchte schnell zu blinken. Auch hier können wir nun über einen gültigen Weichenstellbefehl eine Adresse auswählen. Im DTC-Modus werden bis zu 2048 Adressen unterstützt. Wenn die Adressvergabe erfolgreich war, erlischt die rote Kontrollleuchte und das Signal kann mit der Adresse gesteuert werden. In diesem Video brechen wir durch erneutes Drücken des Tasters den Programmier-Modus ab, da wir bereits im Vorfeld gültige Adressen vergeben haben. Übrigens, falls du einen Fisman Commander als Digitalzentrale nutzt, kannst du die Multiplexer auch mit einem LSB-Kabel verbinden. Hierbei meldet sich der Multiplexer automatisch am Commander an und konfiguriert sich von selbst. Zum Abschluss zeigen wir euch, wie das innovative und äußerst einfache Schalten komplexer Signalbilder mit Hilfe der Multiplex-Technologie Modell aussehen kann. Dank des Signalbusses werden die Schaltinformationen an die Vorsignale weitergegeben. Weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Anschließen eines Bremsmoduls an den Multiplexer, werden wir in weiteren Erklärvideos zeigen. Freut euch also auf weitere Videos von uns. Wenn ihr Fragen zu faszinierenden Multiplex-Technologie habt oder Anregungen zu weiteren Video-Themen, lasst es uns wissen und schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns und bis zum nächsten Video.